Genau, was haben wir sonst noch? Einen Kommentar zu Kolja. Guter Mann, mag ihn gerne. Wir wollten noch auf sein Video reagieren, warum er 70-30 nicht empfiehlt. Das ist natürlich, das müssen wir uns natürlich noch anschauen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Schauen wir uns doch mal das Video von Kolja an. 70-30, wie geil. Er hat hier ja auch sogar noch so ein Schützen, so ein Schussding draufgepackt. Lustig. Finanz-YouTube, heute werde ich euch mal erzählen, warum die 70-30-Methode beim ETF-Investieren für die meisten Anleger nicht geeignet ist. Da ist er ganz stolz. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Kolja sich inspiriert hat oder nicht. Wir haben ja auf unserem Hauptkanal ein Video hochgeladen, warum 70-30. Also ich sage ja immer so das klassische 70-30-Portfolio. Und daraufhin wurde ich ziemlich gechallenged, also so auf Reddit und Co. Wurde ich gefragt, ja warum denn klassisch, was hat es denn mit klassisch zu tun und so weiter. Klassisch deswegen, weil die gesamte Bloggerwelt das benutzt und wir haben da verschiedene Argumente aufgeführt. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, das ist kein, es ist nicht das perfekte Portfolio. Also, ja, denn das perfekte Portfolio hat einen Nachteil, es gibt es nicht. Also doch, es gibt es schon, aber man kennt es immer im Nachhinein erst. Also ihr könnt nie im Vorfeld wissen, welches das perfekte Portfolio sei. Das perfekte Portfolio der letzten Jahrzehnte war sehr wahrscheinlich 100% Bitcoin oder 100% Tesla oder sowas in diese Richtung. Ja, kann man beim Hinter im Nachhinein nicht wissen. Deswegen haben wir da ein Video gemacht und ich weiß nicht, ob er sich daran inspiriert hat, Kolja, mit seinem schelmigen Lächeln oder nicht. Aber wir werden uns mal seine Argumente anschauen. Ich sage, das ist natürlich eine steile These, dass tatsächlich diese 70-30-Methode mit zwei ETS für die meisten nicht geeignet ist. Boah, eine Aussage. Würde ich fast schon sagen, also für die meisten Menschen schon. Also vielleicht gibt es noch eine einfache, okay, wir haben ja gesagt, es gibt auch eine einfachere Variante. Das wäre zum Beispiel ACWI. Also entweder Vanguard for the All World oder einfach ACWI. Das ist so eine Alternative, wo man eine Variante hat und dann braucht man nicht rebalancen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass man die Schwellenländer halt verhältnismäßig zum Beispiel zum Bruttoinlandsprodukt oder zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt stark untergewichtet hat. Ich würde nicht sagen, es gibt die perfekte Lösung, aber ich finde, es ist eine sehr einsteigerfreundliche Lösung. Also ich persönlich mache es ja so. Zwei zentrale Gründe, auf die ich heute im Video möglichst kurz und prägnant eingehen möchte. Aber erstmal ein paar Basics, die müssen wir schon zusammen klären. Ich weiß, viele von euch haben das schon ewig und doppelt und dreifach gehört, aber es ist hier wirklich wichtig. Wenn wir so eine MSCI World, MSCI Emerging Markets Konstellation haben, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel einmal in Türkis diesen MSCI World. Und ihr seht die Performance der letzten 15 Jahre. MSCI Emerging Markets Index, genau. Ja, das hatten wir in unserem Video auch gezeigt. Also der sieht man hier ganz gut, ist besser gelaufen, der MSCI Emerging Markets über ziemlich viele Jahre oder Jahrzehnte sogar. Und jetzt gerade in den letzten Jahren, so ab 2015, stark underperformed gegenüber dem MSCI World. Und der ACWI liegt naturgemäß natürlich immer zwischen den beiden, weil der ja ein Mix aus beiden ist. Schöne Performance, ja, halbwegs volatil. Und der Emerging Markets, also die ganzen Schwellenländer, China, Brasilien und so weiter, sind noch um einiges volatiler, haben aber auch in vielen Zeiträumen, die man sich hier so anschaut, besser abgeschnitten als der Industrieland Index. Jetzt ist es so, wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter zurückzieht, ist die Outperformance sogar noch größer. Und wenn man jetzt einfach die beiden zusammenfasst, dann bekommt man hier diesen All Country World Index. Genau, in der Mischung 90 zu 10, also 90% MSCI World und 10% MSCI Emerging Markets. Von daher verhältnismäßig wenig Schwellenländer, ja. Nicht nur die Schwellenländer, sondern auch die Industrieländer oder vielmehr andersrum enthält. Und dann habe ich hier am Ende dieses Ergebnis. So, und jetzt ist erstmal grundsätzlich für mich die Überlegung, okay, wenn ich einen Index habe und dementsprechend auch gewisse ETF-Produkte. Habe ich jetzt den Chat über Collias Gesicht? Na, wenn er nachher nochmal was zeigt, dann muss ich das nochmal verschieben, sorry. Die auf diesen Index gelten, warum soll ich dann überhaupt noch mich mit 70, 30 und so weiter beschäftigen? Das ist halt eine Gewichtungsfrage, ne, und deswegen macht man das. Das Anlageuniversum dieser im Index enthaltenen Unternehmen angeht, sind die ziemlich ähnlich. Das bedeutet, du hast hier immer die Mid-Cap und Big-Cap oder Large-Cap Unternehmen drin. Apple, Amazon, Facebook, aber eben auch so kleinere Unternehmen, die da mit drin sind. Stimmt schon, ja. Ja, außer man nimmt, es gab es auch gute Hinweise, außer man nimmt Emerging Markets EMI-Version, also Investable Market. Dann sind noch Small Caps mit drin. Muss man fairerweise aber dazu sagen, dass das prozentual sehr, sehr wenig sind. Also der Small Cap-Anteil ist da prozentual extrem gering. Das heißt, da kann man sich überlegen, wenn ich echt Small Caps will, mache ich doch lieber einen Small Cap ETF dazu zusätzlich. Ich persönlich, ich finde es einfach simpler, wenn ich mir das Ganze mit einem einzelnen ETF abdecke. Und ich gebe zu, das ist jetzt noch nicht ausreichend eine Begründung für meine steile These, aber bin gespannt. Dazu kommen wir gleich noch. Und ich habe euch jetzt einfach mal hier so einen kleinen Detail-Vergleich gemacht, denn hier dieser Vanguard FTSE Allworld. Also was haben wir hier? Vanguard, FTSE Allworld, iShares, MSCI, ACWI. Das sind die zwei, von denen ich eben gesprochen habe, die die gesamte Welt abbilden. Nämlich verhältnis circa 90% World, also Industrieländer und 10% Schwellenländer. The World, den ich auch selber bespare, der ist natürlich vom Indexanbieter hier, also vom anderen Indexanbieter FTSE hier. Und dann gibt es natürlich noch von iShares, dem ETF-Anbieter, hier einen auf den MSCI Allcountry World. Vom MSCI, ne, sorry, vom Vanguard FTSE Allworld finde ich auch ein ziemlich gutes, gutes Vollprodukt, vollumfängliches Produkt. Hat den Nachteil, warum ich dort nicht rein investiere, dass es das damals noch nicht gab. Ganz einfach, als ich angefangen habe, gab es das noch nicht. Von daher war das noch nicht in meinem Investmentuniversum drin. Man hätte das zum Beispiel nehmen können und dann noch zusätzlichen Fuzzi Emerging Markets mit dazu gepackt. Um halt selbst nochmal so ein 70-30 nachzumischen. Also es gibt Portfolio-Ideen wie Santa mehr. Die sind sehr ähnlich, haben ungefähr das gleiche Fondsvolumen, ungefähr die gleichen Kosten und so. Der von iShares hat ein bisschen besser performt im letzten Jahresvergleich, aber den von Vanguard gibt es auch noch nicht so lange. Da kann man also jetzt noch nicht innerhalb von einem Jahr direkt sagen, der ist jetzt besser oder schlechter. Beide gibt es auch in ausschüttenden Varianten, wenn man das bevorzugt, warum auch immer. Natürlich kann man das auch als ausschütten benutzen. Beide sind liquide handelbar über alle möglichen deutschen Börsen und ihr könnt auch über all eure ganzen beliebten Broker die wunderbar besparen. So und jetzt haben wir aber nicht nur bei einem iShares oder einem ComState oder was auch immer für einen ETF, wenn wir die 70-30 Methode machen, also gar nicht jetzt hier diese Methode, haben wir immer folgendes Problem. Wir haben keine Small Caps mit dabei. Also kann man durch zwei Arten umgehen, hatten wir auch vorgeschlagen im Video zum 70-30. Also gibt ja alternative Portfolios, dass man zum Beispiel einen Euro Stocks 600 Small Cap mit dazu nimmt. Oder einen Euro Stocks Small Cap. Und dadurch hat man europäische Small Caps mit drin. Und dadurch hat man automatisch ein bisschen mehr europäisches Gewicht und gleichzeitig auch Small Caps für diejenigen, die das gerne hätten. Weitere Möglichkeiten, statt dem MSCI Emerging Markets, in dem MSCI Emerging Markets EME zu nehmen, hat natürlich den Nachteil. Also wie gesagt, es zählt für mich auch als 70-30 Portfolio. Also Emerging Markets oder Emerging Markets EME, same thing. Also das sind nochmal Feintunings. Die kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt machen aber schon auch einen entsprechenden Anteil an der gesamten produktiven Wertschöpfung aus. Das stimmt. Und an der produktiven Wertschöpfung machen auch viele Unternehmen was aus, die gar nicht an der Börse gelistet sind leider. Sind die jeweiligen All-Country ETFs mit drin? Nein, haben wir sie auch nicht. Doch, also es gibt den MSCI ACW IME. Weiß ich aber gar nicht, ob es da einen Index, aktuell ETFs drauf gibt. Vielleicht nicht, aber müssen wir mal schauen. Aber doch, es gibt den auch mit Small Cap Variante. Wie gesagt, hat aber den Nachteil, dass es prozentual so gering ist, dass man es dann besser selbst dazu mischt. Zum Beispiel 10% oder so. Deswegen müsste ich, wenn ich jetzt mir einen Schritt weiter gehen möchte, müsste ich mich jetzt hier zum Beispiel diesen ETF eigentlich ins Depot legen. Naja, genau, doch, stimmt, genau, da gibt es ja einen. Also den Spyder ACW IME, genau. Aber da müssen wir mal gucken, wie viele Small Caps da überhaupt drin sind. Number of Constituents. Dieser Index, den Kolja hier gerade meinte, also der ACW IME, wo die quasi die Small Caps mit drin sind, sind 9.226 Aktien derzeit mit drin. Genau, da seht ihr Largest, also der Größte sind 2 Billion, also 2.000 Billion, also 2 deutsche Billionen. Ist es Apple, seht ihr, ist hier genau dieselbe Zahl. Dann der Kleinste ist 9 Millionen groß. Ja, also da seht ihr, das ist so in der Reihenfolge ganz unten. Average Größe sind 8 Milliarden und Mediengröße ist 1 Milliarde. Ja, daran sieht man, wie stark die Großen das dorthin verzerren. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie viel Prozent denn tatsächlich Small Caps sind. Weil wenn wir mal hier zusammenrechnen, das hier sind die Top 10 Positionen. Die Top 10 Positionen machen in diesem Index schon 13% aus. Das heißt, die untersten 10% machen vielleicht 3, 4, 5% aus oder so sagen wir mal. Die 70% größten, also die 70% der Marktkapitalisierung sind Large Caps, also das sind die großen Blue Chips. Ja, damit habt ihr schon mal 70% drin. 85% habt ihr Large und Mid Caps, das heißt hier 15% Differenz. Und dann nochmal 14% Differenz zwischen Mid Cap und Small Cap. Das heißt, dann steigt ihr von 85% Marktkapitalisierung auf 99% Marktkapitalisierung. Und dann der 1% sind sogenannte Micro Caps, die habt ihr aber quasi so gut wie niedrigen. Okay, das heißt, es sind schon 14% vom Index. Okay, das heißt, Investable Market Index sind tatsächlich 99% vom gesamten Markt. Okay, also 14% ist schon, finde ich schon nicht schlecht. Schade, ich hätte das jetzt gerne für den ACWI gesehen. Ich gucke mir hier den Index an, Leute. Kolja zeigt einen anderen Index. Genau, Kolja zeigt diesen Index. Hier hatten wir uns ja gerade das Factsheet auch angeschaut. Und was man mit berücksichtigen muss, ist, dass du üblicherweise eine sogenannte optimierte Sampling-Methode hast. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier Replikationsmethode, optimierte Sampling. Das heißt, so die kleinsten Einheiten hinten werden weggeschnitten, ja. Wir haben ja eben gesehen, also der Index hat 9000 irgendwas, Anzahl an Titeln drin. Okay, gut, die replizieren aber schon ziemlich gut hier. Also mit 9200 Wertpapieren, der in diesem Spy da drin ist. Dementsprechend ist es aber auch ziemlich teuer, ne. Also hier eine TER von 0,4%. Ich weiß nicht, ob es nicht günstiger wäre, zu sagen, ich nehme den normalen ACWI und packe mir dann noch einen Small Cap oder packe mir dann noch Small Cap separat mit rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, schauen wir weiter. Der ist nämlich der sogenannte Investable Markets Index. Der geht also noch einen Schritt weiter. Der investiert nicht nur in Industrie und Schwellenländer, sondern auch noch in Small Cap Unternehmen. Damit hast du eigentlich die maximale Diversifikation. Das stimmt so. Also du hast die maximale Diversifikation, aber mit vielleicht nicht unbedingt der optimalen Mischung. Weil, also du hast super viele Titel drin, die dann aber ein relativ leichtes, also ein legeres Gewicht haben. Also die nicht so stark ins Gewicht fallen. Aber stimmt schon, muss man dann natürlich bezahlen mit 0,4%. Aber maximale Diversifikation von der Anzahl der Titel her. So, jetzt ist es aber da zum Beispiel ein ziemlich kleiner ETF. Der kostet auch etwas mehr, weswegen ich mir sage, okay, kann ich mir nicht lieber einfach, wenn ich es möchte, einen Small Cap ETF mit dazunehmen. Damit ich eben die maximale Diversifikation habe zu meinem sonstigen All World Index. Der vielleicht ein bisschen besser ist als der hier. Dann sind dann solche zum Beispiel hier interessant, wie hier der von iShares wiederum. Der nennt sich MSCI World Small Cap UCI ETF. Kann man, ja, das oder Europa. Und, passt mal auf, der hat ein großes Fondsvolumen, entsprechend ein bisschen niedrige Kostenquote und hat insgesamt, wenn ihr mal schaut, 3.300 Small Caps drin. Da sind sogar sowas wie GameStop und alle möglichen anderen Small Cap Unternehmen dazu. Das ist natürlich ein Argument, da will man GameStop mit drin haben. Zum Beispiel zwei ETFs und kann jetzt den zum Beispiel noch nehmen. In zum Beispiel so einer Verteilung wie... 70, 30. 85, 15. Ja, bei ungefähr 15% Small Cap Anteil. Es stimmt aber, was ihr sagt. Diese 15% sind ja das, was wir eben gesagt haben. Der Unterschied zwischen 85% der gesamten Marktkapitalisierung und den 99%. Und diesen Small Cap ETF müsste ich mir ja sonst noch zu meinem 70, 30 mit dazu holen. Also, dann müsste ich halt auch irgendwie wiederum 65, 25, 10 oder irgendwie sowas in der Art und Weise machen. 50, 30, 20 wäre eine Option, ne. Beispielsweise mit europäischen Small Caps. Das habe ich jetzt schon ziemlich häufig gesehen in der Community, dass die Leute sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr Europa haben und ich würde gerne ein bisschen mehr Small Caps haben. Ja, dann mache ich doch gleich Small Caps Europa. Und hätte schon wieder ein komplexeres Portfolio, als wenn ich es halt einfach mit nur zwei ETFs statt drei mache. Und das macht mein Leben natürlich einfacher. Das stimmt. Je simpler das Portfolio, desto besser, ja. Auch das ist insgesamt noch nicht Grund genug, um jetzt irgendwie zu sagen, es ist nicht für die meisten geeignet. Weil ich meine, auch drei ETFs ist ja jetzt nicht die Welt. Auch das kann man doch eigentlich managen und auch das ist doch eigentlich jetzt nicht so schlimm. Kolja, warum machst du überhaupt so ein Video? Ja, hast du sonst wieder keine Ideen oder was? Nun ja, Leute, ich sehe ja immer sehr viel auch, was bei Instagram so vor sich geht. Welche Fragen man so zu welchen Marktphasen und so weiter bekommt. Und eine Sache, die ich wirklich immer wieder sehe, ist, dass wir Menschen, wir Anleger es nicht mögen, wenn etwas auf Dauer nicht performt. Das Problem bei solchen langfristigen ETF-Investments, breit diversifiziert, ist ja genau das, sehen, dass etwas nicht performt. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, 20% plus gemacht, so im Jahresschnitt oder noch mehr. Aber demgegenüber hast du dann irgendwelche Leute, die in Shiba Inocoins oder irgendwelche Global Clean Energies oder Einzelaktien investiert haben, die dann Hundert oder Tausende Prozent plus gemacht haben. Ja, aber das stimmt schon. Also die Herausforderung, was Kolja sagt, ist absolut richtig. Halt nicht frustriert zu sein, wenn man weniger hat als andere Leute, weil diejenigen, die die großen Gewinne machen, die wechseln ständig. Richtig sehr gut, dass der Emerging Markets ziemlich nach unten geballert wird. Ja, der hat einen 30% Anteil von China. Was bedeutet, wenn du 30% von 30% Gesamtanteil schon mal nur in China hast, dann ist das bei so einer 70-30-Konstellation gar nicht unbedingt so niedrig. Und bei vielen Anlängern kommt dann schon wieder so langsam so diese Überlegung so, hm, ja, sollte ich den jetzt überhaupt noch weiter besparen? Aber dann kommt der Aspekt der Regression zum Mittelwert, den man kennen muss. Ich meine, die jetzt weniger gute Performance kann ja auch wieder eine Regression zum Mittelwert sein, weil die Emerging Markets vor 2015 extrem gut gelaufen sind. Sollte ich nicht lieber vielleicht den anderen wählen und so weiter. Und das merke ich immer wieder. Wir sind einfach chronische Performance Chaser. So, und dieses Performance Chasing hat aber folgendes Problem bei so einer ETF-Konstellation. Sie ist schlecht für die Rendite. Das stimmt absolut. Performance Chasing ist ja nichts anderes als aktives Handeln am Markt. Und die ist tatsächlich schlecht für die Rendite, ja. Also sowohl das Thema Gewinne laufen lassen, funktioniert bei Einzelaktieninvestments. Bei ETF-Investments, also bei langfristig breit diversifiziertem, ist das Schlüsselwort Rebalancing. Rebalancing bringt ja eine echte Mehrredite. Vielleicht noch einen Hinweis. Wir haben das Ganze selbst mal durchgerechnet. Schaut mal auf unserem Blog vorbei. Da hat, ups, sorry, da hat Markus das Ganze mal vorgerechnet, was der Performance Booster ist. Also mit einem beispielhaften Performance Booster mit und ohne Rebalancing. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass viele Anleger kein konsequentes, richtiges Rebalancing machen. Dass sie dann vielleicht sagen, ja, ich erhöhe vielleicht mal so ein bisschen den Sparplan. Aber ob das dann wirklich noch 70, 30 ergibt, ich weiß ja so nicht. Kommt immer drauf an, ja. Also wenn es Leute sind, die sich so wirklich mit der Thematik beschäftigen, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass Leute auf unseren Kanälen, also auf Koyas Kanal, auf unserem Kanal, die werden das schon im Auge behalten und da regelmäßig drauf gucken. Wir haben übrigens auch einen Rebalancing-Rechner. Damit könnt ihr Rebalancing machen, könnt ihr hier ein bisschen rumspielen. Und dann sagt er euch zum Beispiel, also wenn ihr zum Beispiel hier sagt, okay, ich habe 4.000 Euro in Cash, die ich gerne investieren würde. Die sollen also ein Zielaufteil um 0% sein. 12.000 in einem Wert, 3.000 im anderen Wert. Seht ihr es hier schon, Missbalancing. Geht ihr auf Berechnen und sagt ja hier, die 4.000, die löst du auf. Also dieses Cash investierst du und kaufst für 1.300 Position 1 und für 2.700 Position 2. Beispielsweise kannst du das dann hier benennen, so MSCI World und das andere dann MSCI Emerging Markets oder so. Aus diesem simplen, für mich sehr großen Grund, würde ich lieber so ein All-Country ETF nehmen, weil dort das Rebalancing ja automatisch durch den ETF-Anbieter stattfindet, der ja immer wieder diese Ländergewichtung sozusagen von selbst durchführt und ich das nicht machen muss. Deswegen muss man sich halt von vornherein die Frage stellen, wir haben ja auch ein paar alternative Portfolios vorgestellt, wie gesagt, die 70-30 ist eines aus hunderttausenden möglichen. Muss man sich vorher die Frage stellen, will ich rebalancen, will ich das machen oder nicht? Wenn die Frage halt lautet nein, dann habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann All-Country's World, ich kann Vanguard Fuzzi All-World, ich kann diese EMI-Version, die ein bisschen teuer ist, meiner Meinung nach von Collier benutzen. Ich kann einen Arero-Weltfonds investieren, ich kann bei einem Robo-Advisor investieren. Das sind alles Dinge, wo ich nicht rebalancen muss. Also Alternativen gibt es da viele, wenn ich mir mein Portfolio nicht selbst bauen will. Die Option sollte schon da sein, also wenn man den Leuten sagt, möchtest du es machen oder möchtest du es nicht machen, das rebalancen und nicht halt pauschal sagen, die Leute werden es nicht machen. Weil es ist ja wie wenn du sagst, ich kann niemandem empfehlen, in Aktien zu investieren, weil Aktien sind volatil und die meisten Leute werden keine Diamond Hands haben, die werden also ihre Wertpapiere nicht halten und deswegen rate ich davon ab. Sondern das muss ja dann immer noch, muss ja jeder selbst die Freiheit haben, es zu tun oder nicht zu tun. Dann würde ich einfach jetzt mal behaupten, dass nach 30 Jahren, die, die einfach nur auf diesen All-Country gesetzt haben, eine bessere Performance haben werden, weil sie nicht rebalancen müssen, als die, die 70-30 machen. Voll gut. Müssten wir mal analysieren. Challenge accepted. Also ich denke auch, ich denke absolut, dass er recht hat, ja, dass dann die Gruppe, also die Rebalancing-Gruppe besser dastehen wird. Aber was mich mal interessieren würde, ist wie viel besser. Müssen wir mal durchrechnen. Das ist meiner Meinung nach, meine Damen und Herren, der größte Grund, warum ich lieber persönlich auch diesen All-Country bespare. Da muss ich mir auch nicht die Arbeit machen beim Rebalancen. Und gerade bei Leuten, die noch nicht so lange am Markt dabei sind und die dann sowas hier merken und so, ist es umso wichtiger, finde ich. Haha, Markus ist am Start. Das rechnet wir durch. Sehr gut. Dass man sich lieber so einen All-Country mit ins Depot legt, ja. Ja, da hat er mich doch, da hat er mich doch gechallenged. Ja, also er hat absolut recht. Also erstens, ja, ihr habt keine Small-Caps mit dabei, wenn ihr ganz normal MSCI World und Emerging Markets macht. Zwei kleine Fix-Ideen, wie ihr das machen könnt. Entweder nehmt ihr einen Emerging Markets EMI, Investable Markets Index, oder Fix Nummer zwei, ihr nehmt einen Small-Cap-ETF mit dazu, vielleicht sogar Small-Cap-Europa, dann habt ihr mehr Europa. Krollers Gegenargument dazu lautet, ja, dann wird euer Portfolio noch komplexer. Aus zwei ETFs werden drei ETFs. Ich sage, wenn ihr sowieso rebalancet, dann macht es keinen Unterschied, ob ihr zwei oder drei ETFs rebalanced. Ist jetzt mal so meine Sicht der Dinge. Zweites Argument war gewesen, was hat er gesagt? Ach so, die meisten Leute rebalancen nicht. Hat er recht. Wenn du nicht rebalancen, hast du natürlich einen Performance-Nachteil. Ich zweifle aber an, dass der gigantisch ist. Auf der anderen Seite sollte man sich aber vorerst natürlich die Frage stellen, sollte man rebalancen oder nicht. Wie sehr möchtest du, Thomas, mit Finanzfluss triggern? Kolja, ja. Ach, das triggert mich gar nicht. Ich sehe, also, gar nicht. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.